Ein herzliches Hallo, mein Name ist Holger Kühne und ich bin Prokurist und Vertriebsleiter der Denner Traumfabrik. Gemeinsam im ganzen Team in unserem Unternehmen machen wir uns tagtäglich Gedanken, wie wir das Bauen optimieren können und wie wohl das Bauen in der Zukunft aussehen wird. Und wenn wir jetzt einfach mal so drüber nachdenken und uns mal vorstellen, es gäbe einen Hersteller, der ein massiv gebautes Haus in einem Produktionswerk produzieren könnte und in diesem Haus wären dann schon die ganze Haustechnik, die ganze Heiztechnik, die Küchen, die Bäder, die Fliesen, die Bodenbeläge, Fußbodenheizung, Fenster, Türen. Es wäre alles in diesem Produktionswerk schon drin und man könnte das Ganze dann nehmen, auf LKWs stellen, raus auf die Baustelle fahren, wo vor Ort schon Fundamente da sind, Aushub, Bodenplatte vielleicht da sind, ein Keller, der vorher schon geliefert wurde und montiert wurde und man würde dieses Haus dann an einem Tag aufstellen, regendicht. Wir könnten abends um 17 Uhr die Haustür aufmachen und in dieses Haus reinlaufen. Da wäre die Küche schon eingebaut und wir könnten den Kühlschrank aufmachen und vielleicht sogar schon die Flasche Sekt und die zwei Gläser ausnehmen. Boah, das wäre ein Ding. Wir sehen uns. Das wäre ein Ding. Untertitelung des ZDF, 2020